Willkommen zurück eine neue Folge Monster Train. Wir haben in der letzten Folge den Pakt Rang 6 gestartet, bei dem wir an unserem Anfangsdeck eine Kopie der Anfangskarte des Hauptstamms hinzufügen. In unserem Fall ist das hier einmal das Wiederherstellen, weil wir im Hauptstamm mit den Erweckten und im Nebenstamm mit den Umbras spielen. Ich habe ja kurz schon das Deck gezeigt, wir haben ein fühlendes Wesen als Champion ausgewählt, was durch die Verjüngung, also wenn wir es heilen, jetzt mittlerweile 40 Schaden an den Gegnern austeilt. Wir haben einen Schmelztiegelaufseher, den wir mit Nuggets füttern können, einen Höhlen-Eremiden als Tank, den wir auch schon ganz gut gebufft haben. Und als DD wollen wir jetzt noch die Animus des Willens etablieren. Das heißt, ich denke mal, dass wir, wenn wir die ganzen Zugbegleiter dann irgendwann loswerden, unsere Champions schon nahezu vollständig haben. Also einen Schmelztiegelaufseher, Höhlen-Eremit und das fühlende Wesen und dahinter noch einen DD. Den Rest mit Nuggets auffüllen und versuchen, so viel es geht zu heilen. Schauen wir mal, wie es läuft. Okay, hier kommen die Gegner wieder mit Dornen ins Spiel. Das gibt ein zufälliges Artefakt. Wir probieren das mal. Das Artefakt reizt mich. Okay. So. Gut. Unser fühlendes Wesen gleich mal 40 Schaden drücken. Dann haben wir unseren Höhlen-Eremiden eine Ebene drüber. Mal sehen, was wir für eine Nugget-Einheit ziehen. Das ist auch gut. Das heilt. Und den Zugbegleiter. Den setzen wir mal ganz okay. So. Leider kriegen wir einmal diese Reue-Karte. Das ließ sich jetzt nicht vermeiden. Das ist gut. Der macht den Sammler gleich fertig. Der ist jetzt in dem Kampf irgendwie komplett nutzlos, ne? Aufgrund von den Dornen. So. Erstmal heilen wir nochmal. Dann setzen wir einen Zugbegleiter hier vorn hin. Der darf nämlich mal ins Gras beißen. Ja, der ist irgendwie komplett nutzlos. Aber wir nehmen ihn trotzdem mal mit. Okay. Die 75 Münzen sind sehr schön. Gut. Jetzt haben wir unseren Schmelztiegel-Aufseher. Der kommt oben hin. Den Angriff. Hier oben stirbt alles. Das heisst, wir nehmen den Angriff hierfür. Regeneration. Mehr Heilung. Die Stahlpolitur mal auf ihn. Dass er auch ein bisschen geheilt wird. Ein Atom... Äh, ein Nugget oben. Und ein Nugget hier unten. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen mit... Diese Zugbegleiter. Die sind halt nur im Weg derzeit. Schade, dass die... Äh... Dass das Leben erhöhen von Nuggets nicht als Heilung geht. So. Die Stahlpolitur wieder auf ihn. Damit stirbt er hier. Ich frage mich bloß... Ach, der hat noch ein bisschen mehr Leben. Okay. Gut. Äh... Einmal Heilung. Einmal Zugbegleiter als Kanonfutter hier unten hin. Und dann gucken wir uns mal an, was es für Nuggets gibt. Schadensschild. Lebensraub. Der stirbt allerdings hier unten. Lebensraub ist hier ganz gut. Den müssen wir hier oben hinsetzen, weil der unten stirbt. Und dann haben wir hier noch einmal Schadensschild. Okay. Sehr schön. Das Teil weg. Sie ist voll, also setzen wir es hier einfach an. Dann haben wir noch mal Nuggets. Da. Lebensraub ist gut. Angriff nehmen wir mit. Und Gesundheit nehmen wir auch mit. Und dann haben wir noch einen Angriff. Nugget, der kommt hier hin. Okay. Schade, dass der Lebensraub als erster ausgeführt wird. Deswegen haben wir dann doch noch mal Dornenschaden bekommen. Gut. Mehr Regeneration. Einmal hochheilen. Einmal hochheilen. Den Zugbegleiter vorn hinsetzen. Und dann hier nochmal drauf. Ja. Mehr können wir erstmal nicht machen. Durch die Dornen werden die Dornen zumindest gekillt. Das ist schon mal gut. Ja. Uns fehlt irgendwie noch ein bisschen Schaden. Besonders dann, wenn die Heilung ausgefallen ist. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Heilungen. So. Das muss weg. Das muss weg. Der kann geheilt werden. Dann haben wir hier noch einmal Nuggets. Das sieht gut aus. Und kipp ihm. Sehr schön. Wende verwurzelt auf gegnerische Einheiten an, wenn sie die Ebene unter der Höhlenglut betreten. Ja, das kann man erstmal nehmen. Da kann man nämlich unseren Schmelztiegelaufseher immer schön unter der Höhlenglut platzieren. Und dann werden die definitiv bis zum Ende gegrillt. So. Verwurzeln braucht man in dem Fall nicht. Die sind alles nicht so tolle Karten. Ah, das ist gut. Schadensschild und Nuggets. Okay. Ich denke. Wir müssen erstmal weiter unsere Zauber verbessern. Auf der anderen Seite wäre das Monster auch sinnvoll. Aber wir haben hier nochmal einen Waffenhändler. Und den Pfad werden wir definitiv wählen, um die Dings loszuwerden. Hier können wir auch nochmal Karten loswerden. Und am Ende wäre hier nochmal möglich. Ja, okay. Das heißt, wo sind wir? Wir nehmen jetzt den Zauberhändler. 10 magische Kraft ist super. Ich denke mal, die 13 reichen aus. Oder wollen wir 23 machen? Ne, 13 reichen aus, um irgendwas hinten eigentlich zu killen. Ne? Außer es gibt irgendwie einen Buff mit 10 Rüstung oder so. Aber normalerweise reichen die 13 aus. Ähm. Den könnten wir auf 30 erhöhen. Und den schon mal preiswerter machen. Dann haben wir nochmal preiswerter. Und verbrauch. Den Dornenhieber habe ich bisher noch gar nicht einsetzen können. Deswegen lassen wir das Teil mal. Das will ich dann auch irgendwann mal ausschmeißen. So, nächstes Szenario. Okay. Das sieht gut aus. Das ist wieder der Eisberg. Plus 1 auf jeder Ebene. Plus 3 auf einer zufälligen Ebene. Oder minus 1 auf jeder Ebene. Aber dafür plus 15 magische Kraft. Ne, ich würde sagen, plus 1 auf jeder Ebene. Dann haben wir erstmal genügend Platz, um die ganzen Nuggets auch zu setzen. Okay. Auf zur nächsten Runde. Oh, das ist der Torn. Torngrübel hier. Das ist... Und Reichweite. Ein Zauberschild können wir uns nicht leisten. Das wird schwieriger. Das wird definitiv jetzt schwieriger. Okay. Schmelztiege auf sehr oben hin. Böhn Eremit. Zweite Ebene. Fühlendes Wesen. Unten hin. Die Stahlpolitur. Ich denke, mit den 15 Schaden kommt er ganz gut zurecht. Das heißt... Erstmal nehmen wir... Was hat der hier überhaupt? Totes Stoß. Okay. So. Ja komm, wir nehmen das hier unten mal. Okay. Das ist schön. Der Sammler wird gleich Geschichte sein. Den Animus setzen wir jetzt mal hier dahinter hin. Unser fühlendes Wesen heilen wir auf. Geben ihm die Stahlpolitur. Gucken wir mal, was wir vernackelt bekommen. Mit Lebensraub. Okay. Geben ihm die Stahlpolitur. Ja komm. Ja komm. Und so ein Schmelztiegeaufseher. Den wollen wir doch auch bisschen füttern. Ach der hat Reichweite. Ich bin so ein Trottel. Die Reichweite habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ach das Verwurzeln ist nur einmal leider. Okay. Okay. Drei mal Nuggets. Hier oben sollten wir sie jetzt nicht hinstellen. Den Lebensraub können wir hier gut anbringen. Das Problem ist, wir müssten die Nuggets jetzt überall oben hinstellen. Weil die sonst alle sterben. So kommen die ganzen Nuggets diesmal bei ihm hin. So. Jetzt haben wir hier nochmal Dornen, die wir an Schaden bringen könnten. Zugbegleiter. Hier stirbt erstmal alles. So hier stirbt nur der Erste. Na irgendwo sinnvoll in den Zugbegleiter hinstellen. Hier oben mit, dass der zumindest stirbt. So richtig läuft es noch nicht, weil wir noch zu viele Karten haben, die uns nicht viel bringen. Das hat ganz gut hingehauen. Machen wir noch ein Nugget. Mit Lebensraub. Stellen wir mal hier unten mit hin. Zugbegleiter. Dann vernichten wir hier schon mal die ganzen Mobs. Gut. Okay. Degeneration, Stahlpolitur, das Schadensschild, das sind noch 13 Damage, das 6 Leben können wir ihm geben. Warum kriegt er nur 23 Schaden? Ich denke, dass er einmal verwurzelt, also dass er nicht aufsteigen kann. Naja, das werden wir gleich sehen. Mehr kann ich hier jetzt eh nicht machen. Und dann hauen wir einfach alle anderen Nuggets unseren Champion drauf. Ah ja, jetzt baut er das Verwurzelte ab und er baut das Verwurzelte ab und jetzt kann er getötet werden. Alles klar. So, nochmal ein Schadensschild. Einmal Heilung. Dann opfern wir einmal einen Zugbegleiter. Das Problem ist, dass der hier 8 Mal Tarnung hat. 1, dann haben wir 2, 3, 4. Und dann greift er noch 4 Mal an, was 52 Schaden sind. Das heißt, einmal Lebensraub wäre sinnvoll. Ja, und dann nehmen wir den Angriff noch mit hinzu. Und dieser Penner hat wieder Reichweite. Also hilft alles nix, diese Kleinen hier hin. Okay. Was ist unsere Heilung schon wieder aufgebraucht? Oh, nee. Als hat er alles aufbrauchen können. Oh, das gibt's ja gar nicht. Das wird dann mal nicht gereicht. So, 15 Schaden. Sporregen. Das ist nochmal Nugget. Und nochmal Dornen. Ja, mehr Schaden ist es erstmal nicht. Du, das sieht schon jetzt schlecht aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, und wir kriegen aber auch keine vernünftigen Karten dort. Das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Ui, ui, ui. Wir konnten keine richtigen Nuggets aufbauen für unseren Schmelztiegelaufseher. Wir konnten kaum Heilung zaubern. Ja, einmal haben wir sogar Schaden in der Höllenblut einstecken müssen. Also das war alles andere als optimal. Alles andere als optimal. Ja, die nehmen wir auch noch mit als Heilung. Das ist zu viel Hellenblut. Wir müssen unbedingt diese Schmelztiegelaufseher und das ganze Zeug loswerden. Äh, Schmelztiegelaufseher. Die Zugbegleiter. Schmelztiegelaufseher. Nicht, um Gottes Willen. So, was kann man denn noch verbessern? Drei Schadensschild. Hm. Ja, komm. Jetzt geben wir ihm halt die sechs Stück. Gut ist. Die kriegt man ein bisschen mehr Leben. Dann schauen wir noch mal. Flink. Flink ist gut. Okay. Ich glaub, wir haben alle verbessert, ja. Gut. Ja, dann geht's zum zweiten Boss. So, die Splitter. Ähm, ne Verzauberung. Kriegen wir bloß eins Höllenblut auf die Hand. Das ist nicht so toll. Und, ähm, wenn wir Nicht-Nugget-Einheiten spielen, kriegen wir Schwindel. Das ist auch nicht so toll. Okay. Hilft alles nix. Müssen wir durch. So. Schwindel bei Nicht-Nugget-Einheiten. Alles klar. So. Unseren Champion unten hin. Dann haben wir schon mal einmal Schadensschild. Wir setzen einfach mal unseren flinken Animus dahinter. Dann gehen die drei schon mal drauf. Nugget nehmen wir auch noch mit. Haben wir hier noch Schadensschild und mehr Leben. Die Heilung passt. So. Und das eine Nugget. Setzen wir einfach hier hin. Okay. 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 Da sollten wir jetzt keine Zauber wirken hier oben. Aber wir können Schmelztiegeaufseher hinsetzen. Höheneremiten hier oben noch mit hin. Ein Zugbegleiter. Was ist das hier? Das ist nur wenn ein Zauber ausgelöst werden. Zugbegleiter hier unten hin zum Opfern. Das war's erst mal. So. Wir bräuchten mal wieder ein bisschen Heilung oder irgend sowas. Ne? Ja das sieht ganz gut aus hier. Mehr Heilung. Noch mehr Heilung. So. Die Stahlpolitur werden wir mal auf ihn anwenden. Und dann haben wir noch drei Nuggets. Okay. Einen Lebensraub Nugget geben wir mal unseren Höhleneremiten. Und die anderen beiden kommen hier oben hin. Gut. Die killen sich selber. Und er wird dann durch das Verjüngen noch getötet. Sehr gut. So. 30 Gesundheit wieder herstellen. Aber was haben wir hier? Okay. Hier sollten wir keinen Zauber wirken. Zumindest nicht als erstes. Hier sollten wir auch keinen Zauber wirken. Gut. Mehr Leben heißt mehr Schadensschilder. Stahlpolitur kommt auf unseren Multi-Hitter. Und hier gibt es mehr Heilung. Das sind schon mal 19 Schaden auf den Boss. Leider kein Damage auf den dahinterliegenden. So. Hier sollten wir keine Nicht-Nugget-Einheiten spielen. So. So. Den Atom-Pro-Angriff. Ist glaube ich sinnvoller, wenn wir den hier oben einsetzen. So. Hier nochmal eine Heilung. Hier gibt es wieder ein Nugget für Lebensraub. Hier gibt es einen Bergmann. So. Schauen wir mal. Hier wollen wir mal ein bisschen mehr Damage rausholen. Und noch einen Lebensraub. Und Schadensschilder. Das eine Schadensschild würde ich mir hier unten unserem Champion geben. Okay. Okay. So. Okay. So. So. Okay. So. 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 Das heißt, wir setzen einfach einen Zugbegleiter unten hin, der hier stirbt. Dann gibt es die Stallpolitur für ihn und das passt. Gut, Sporenregen, dann machen wir Dornenschaden, hier sollen wir bloß keine anderen Einheiten spielen. Das heißt, wir können den ohne Probleme killen. Lebensraub geben wir mal unserem Hölleneremiten wieder. Hier gibt es mehr Leben und hier gibt es noch ein Schadenschild. Das sieht doch schon mal ganz solide aus bisher. Was man eher ein bisschen zurückbereitet ist, dass der Boss noch 1500 Leben hat. Ja, mal schauen. Mehrere Generationen. Hier gibt es eine Stallpolitur. Das wird nichts machen. Doch, 40 Damage. Ach ja, weil wir einmal Verjüngung gemacht haben. Okay. Nochmal 40 Damage. Und einmal mehr Angriff. Ja, wir stecken jetzt alles in unseren Schmelztiegelaufseher. So. Verjüngung haben wir einiges. Allerdings ist die Heilung nicht so pralle. Das heißt, jetzt wird so leider ein Wippel abgeben. Und er hat auch leider nur 25 Leben glatt. Okay. Okay. So, noch 750 Leben. Schadenschild können wir hier drauf geben. Gibt es nochmal Stahlpolitur. Nützt hier nicht so viel. Ja, wir geben die ganzen Nuggets hier oben rein. Und der Rest ist eigentlich erstmal egal hier. Wir müssen hier sehr viele Schadenschilder aufbauen. Okay. 650 Leben. Hier gibt es nochmal einen kleinen Boost. Den wir hier noch 20 Damage und nochmal 13 Damage hinzufügen können. Und das reicht dann. Es sind genügend Schadenschilder, um den Boss zu killen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Es reicht genau aus. Also, ja. Haben sogar noch zwei Schadenschilder übrig gehabt. Okay. So. Das könnte vielleicht sinnvoll sein. Was können wir denn jetzt gebrauchen? Kapazität eigentlich nicht. Noch mehr Glutasche. So. Und jetzt müssen wir unbedingt einheitenlos werden. Diese Zugbegleiter, die sind einfach nur im Weg. Aufheilen ist gut. Und wir können eine Kopie uns erstellen von einer Karte. Und da würde ich sagen, wir nehmen den Sporenregen, dass wir den schneller hochstacken können. Das ist, denke ich, mit unserer mächtigste Karte, die wir haben. Okay. Wie können wir unseren Champion noch verbessern? Das kultivieren nehmen wir immer noch nicht. Das heißt, wir bleiben bei unserem Verjüngen und machen damit jetzt 60 Schaden. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir versuchen, bis zum Endpass vorzudringen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.